Wir haben damals mit Haching auch ein bisschen Fußballgeschichte geschrieben, haben damals die Bayern dann auch letztendlich zum Meister gemacht, beziehungsweise am letzten Spieltag Leverkusen die sicher geglaubte Schale entrissen. An dem letzten Spieltag hat sich alles darauf fokussiert, wir waren außerordentlich motiviert und bei Leverkusen war von Beginn an zu merken, dass da irgendwo so eine Schockstarre dann auch war nach dem Eigentor von Ballack. Wir wollten für uns eine herausragende Leistung bringen, wir wollten uns nicht nachsagen lassen, dass wir uns irgendwo hängen lassen, und das war, glaube ich, eine ganz große Charakterstärke in der Truppe. Mit Sicherheit hat man irgendwo Mitleid empfunden, man kann es aber natürlich nicht darauf reduzieren, dass Leverkusen jetzt am letzten Spieltag die Meisterschaft vergeigt hätte. Es wird mit Sicherheit noch relativ häufig darauf angesprochen, auch jetzt in meinem Beruf. Dann kommt schon die Frage, sind Sie nicht der, der damals, dann sage ich, ja, es war so. Und es ist natürlich den Leuten auch irgendwo noch immer ein bisschen präsent. wie vorher noch immer ein schönes Islam im elegante Firmes